Unser nächstes Thema. Was macht man denn als Eltern, wenn die eigenen Kinder Sex haben? Gerade noch hat das eigene Kind mit Puppen oder Bauklötzen gespielt und plötzlich hört man nachts die Tochter oder den Sohn beim Liebesspiel. Wie sich Eltern richtig verhalten, wenn ihre Kinder die ersten Erfahrungen machen, darüber sprechen wir jetzt mit dem Paartherapeuten Erik Hegmann. Der ist nämlich heute auch bei uns zu Gast. Sehr schön, dass du da bist. Erik, was machst du denn, wenn du das jetzt mitbekommst, es ist soweit, es passiert und ich bekomme es eben mit, wie reagiert man richtig? Ich denke, einmal durchatmen, vielleicht auch zweimal und sich dann vor allem mal daran erinnern, wie das war, als man das selber andersrum erlebt hat und wie man sich geschworen hat, dass man das später bei den eigenen Kindern anders macht, als die Eltern das gemacht haben. Das heißt also, mit viel Verständnis reagieren, sich zurückziehen, keine komischen Kommentare machen, auch keine Witze reißen. Das ist eher peinlich, das ist eher so ein Zeichen von Hilflosigkeit. Man sollte sich immer vorstellen, das ist ja eine Form von Kommunikation, die Menschen ein Leben lang begleiten wird. Das heißt also, nahe sein, geben, nehmen. Das Schönste, was man eigentlich erleben kann und erfahren kann, das sollte man nicht ruinieren. Deswegen sollte man seine Kinder vermeiden, dass es eine peinliche Situation wird, sondern man sollte sie eher bestätigen. Und natürlich sollte man sie aber schon auch auf Absprachen hinweisen. Also beispielsweise, wie ist das mit Übernachtungsgästen? Ab welchem Alter lässt man es zu? Wie gestaltet man das? Und wenn die Wohnung jetzt tatsächlich so hellhörig ist, dass man das mithört, dann muss man sich vielleicht im Zweifel überlegen, falls das geht, dass man das Kinderzimmer vielleicht doch mal in die andere Ecke der Wohnung packt. Könnte es auch eine gute Ansage sein, wenn man sagt, mein Freund, du möchtest deine Mutter nicht hören und ich möchte dich genauso nicht hören? Oder ist man dann schon wieder peinlich? Wahrscheinlich wird das Kind es als peinlich empfinden. Aber natürlich kommt auch mit der eigenen Sexualität nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Und das bedeutet auch, dass man natürlich auch auf die Privatsphäre der Eltern etwas Rücksicht nehmen muss. Das gehört schon dazu. Ich erlebe in der Beratung das ja eher häufig so, dass sich dann Eltern darüber nicht einig sind, wie sie damit umgehen wollen. Also beispielsweise kommt am Samstagabend der Sohn mit zwei Freundinnen nach Hause von einer Party und sagt, die beiden wollten eigentlich woanders übernachten, jetzt geht das nicht, können die hier schlafen. Und jetzt überlegen sich die Eltern, dürfen sie oder dürfen sie nicht. Und das sind so Dinge, da passiert oftmals in den Köpfen der Erwachsenen viel mehr als bei den Jugendlichen selber. Wenn man sich an die eigene erste Liebe erinnert, wie war das? Man war nervös, man war vorsichtig, man hat eigentlich stundenlang geknutscht, man kam gar nicht zur Sache. Man muss sich da nicht so viele Gedanken machen. Man sollte Kinder bestätigen. Hat sich denn das eigentlich durch Facebook, durch die vielen Internetseiten, die zu den Kinder Zugang haben, verändert? Wissen die schon all das, was wir damals einfach noch nicht wussten? Die wissen sicherlich mehr, das denke ich schon. Also im Vergleich, ich konnte damals noch nicht auf solche Dinge zugreifen, ich hätte das alles nicht gewusst. Ist das schlimm? Es ist die Frage, wie die Eltern damit umgehen. Es ist schon wichtig, dass man den Kindern frühzeitig wirklich dieses Gefühl von dem Körper gibt, von Sexualität gibt und den Unterschied zu einer kommerziellen Sexualität, wie das in Filmen passiert, klar macht. Meine Erfahrung ist die, dass die gar nicht früher mit Dingen anfangen, mit denen wir angefangen haben, weil sie das zwar vielleicht optisch schon mal gesehen haben, aber eben beim eigenen Empfinden, genau so wie du es beschrieben hast, es fängt dann auch ganz zart an und wächst im Grunde Schrittchen für Schrittchen. Die Statistik sagt doch, es ist heute älter als noch vor fünf Jahren. Also das heißt, es ist eher 16 als 15. So, jetzt gucken wir doch mal, was Sie, liebe Zuschauer, zu dem Thema zu sagen haben. Viele, viele von Ihnen haben sich nämlich heute Morgen schon an der Diskussion beteiligt. Und da haben wir eine Zuschrift von Wiebke zum Beispiel. Wiebke Heumann schreibt, naja, grundsätzlich ist es ja eher positiv, wenn der Freund oder die Freundin mit nach Hause gebracht wird und sie dort auch Sex haben, ein Vertrauensbeweis, wenn das Verhältnis denn stimmt. Eine weitere Zuschrift kommt von Christa, die schreibt, Gott sei Dank, war ich nie in so einer Situation. Ich persönlich finde, dass man aber schon sehr früh seinen Kindern vermitteln sollte, immer für sie da zu sein, auch und auch alles fragen und sagen zu können. Also vielleicht auch als Eltern. Und dann schauen wir noch, was Deborah geschrieben hat. Die sagt, ich wurde als Teenager jeweils einmal von meinem Vater und meiner Mutter erwischt. Sie taten das einzig Richtige, haben sich wortlos umgedreht und sind rausgegangen. Und dann, Erik, nie wieder ansprechen? Doch, man sollte schon darüber sprechen. Vielleicht sollte man das zum Anlass nehmen, vielleicht ein paar Grundregeln aufzustellen. Wie ist das mit Übernachtungsgästen? Ich glaube, dass alle Eltern sich wohler fühlen, beispielsweise, wenn sie den Partner der Tochter kennen oder wenn sie die Familie kennen. Also dieses Integrieren des Freundes in die Familie. Davon abgesehen, in den meisten Fällen wird das ja auch nicht nachts passieren. Das wird meistens passieren nachmittags, wenn die Eltern beim Arbeiten sind. Weshalb sollten sich Kinder die Mühe machen, das irgendwie mit großen Erklärungen auf Samstagabend zu verschieben? Ich erinnere mich, dass früher eine Doppelstunde, Freistunde war gar nicht so blöd. Wir fassen noch mal ganz kurz deine Tipps und Anregungen für uns Eltern zusammen. Was wichtig ist, wenn man denn in diese Situation kommt. Da hast du gesagt, cool bleiben, ne? Ja, cool bleiben und nicht verbieten, was man sowieso nicht verhindern kann. Ganz wichtig ist Vertrauen aufbauen. Das bedeutet vielleicht auch mal die Freund oder die Freundin in die Familie integrieren. Und natürlich ganz wichtig über Verantwortung, das heißt also über Schwangerschaftsschutz und Krankheitsschutz sprechen. Vielen Dank Erik Hegmann und die Frage gebe ich direkt weiter an meinen sehr geschätzten Kollegen Jan Hahn. Wie war das denn bei dir eigentlich so beim ersten Mal? Ich erzähle dir die Geschichte gerne nochmal, du erinnerst dich offensichtlich nicht mehr dran. Ich war nicht beteiligt. Ach, warst du das gar nicht? Nein. Dann muss es die andere gewesen sein.